Mein Name ist Karl Bernhard von Heusinger und ich bin Rechtsanwalt in Koblenz. Ich habe eine Kanzlei zusammen mit einem Kollegen in der südlichen Vorstadt und ich bin Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht. Privat lebe ich auf der Pfaffendorfer Höhe. Ich bin aus dem Norden hierher gezogen vor über 20 Jahren und habe zunächst sehr lange Zeit auf dem Asterstein verbracht, bevor ich jetzt auf die Pfaffendorfer Höhe gezogen bin. Ich liebe an Koblenz vor allen Dingen den Arbeitsweg über die Pfaffendorfer Brücke. Eigentlich bin ich wegen des Rheins gekommen, über den man da immer fährt. Der Rhein ist ein toller Fluss, sehr imposant diese Sicht auf die Festung Ehrenbreitstein am Morgen oder am Abend. Jetzt mag ich natürlich viel mehr auch an Koblenz. Ich mag die Kompaktheit, die kurzen Wege, die kurzen Wege aber auch in die Natur, in den Hunsrück, in den Westerwald zum Wandern oder an die Mosel zum Weintrinken. Was mag ich noch an Koblenz? Ja, dass Koblenz ein sehr unterhaltsames Kulturprogramm hat. Ich habe daran mitgewirkt. Ich habe das Festival, das Mittelrhein Musikfestival mit aufgebaut und das ist ein Teil von vielen, vielen Möglichkeiten, hier in Koblenz etwas zu unternehmen und dabei kurze Wege zu haben und nette Leute zu treffen. Das finde ich toll. Ich bin schon immer ein politisch engagierter Mensch gewesen. Ich bin lange Jahre für die Grünen im Vorstand gewesen, auch als Vorstandssprecher. Ich war auf Landes- und auf Bundesebene für die Grünen aktiv und möchte jetzt in den Stadtrat, weil ich auch mein politisches Engagement im Stadtrat fortsetzen will. Ich habe unter anderem auch gesehen, dass man viel bewegen kann. Ich habe eine Petition für die Umsetzung von Fahrradwegen auf der Pfaffendorfer Brücke ins Leben gerufen und mit Hilfe von vielen anderen und den Grünen hier in Koblenz haben wir es dann erreicht, dass nunmehr die Brücke neu geplant wird. Das hat mich derart motiviert, dass ich sehe, dass es auch bei anderen Themen die Möglichkeit gibt, Dinge zu verändern, wenn man mitwirkt. Und dazu habe ich große Lust und deshalb möchte ich in den Stadtrat. Besonders wichtig sind mir Klimaschutz und Verkehrswende und das sind auch die Themen, mit denen ich mich im Stadtrat befassen will. Besuchtet für disgrace. Besuchtet von b demasi muchos die g o